Das Glas von BERT braucht eine Speziallösung, weil das Glas ist nur dann gut, wenn man so wenig wie möglich wahrnimmt. Der BERT ist eine aufregende Baumskulptur und weil er auch BERT heißt, so wie mein Name. Wir stehen für Individualismus, Genauigkeit, Präzision und für ein fortschrittliches Denken in der Architektur. Regionalität ist ein Thema für uns, weil wir im Ostviertel sind und dort sind leider unsere Kunden nicht, sondern wir sind überregional bis über die Grenzen hinaus tätig und wir gehen dorthin, wo der Kunde hingeht. Die größte Ausforderung vom Glas ist natürlich klarerweise die Qualität und die Qualität ist für uns ganz das oberste Gebot. Eine Qualität dem Kunden zu bieten, zu liefern, das was wir auch dem Kunden schuldig sind. BERT ist für mich ein mutiges, progressives architektonisches Highlight.